Ich heiße Makoto Konno und bin 17. Das sind meine Freunde. Kosuke und Shiaki. Ich dachte, wir würden immer zusammenbleiben. Dann bekam ich die merkwürdige Gabe, durch die Zeit zu springen. Mit dieser Gabe kann ich Fehler ausbügeln, das Schicksal herausfordern, eine ruhige Kugel schieben und allen Problemen aus dem Weg gehen. Doch mit jedem Zeitsprung wird alles komplizierter. Und neue Katastrophen geschehen. Und ich hab wirklich so einiges versemmelt. Wie komm ich da bloß wieder raus? Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ein Film von Mamoru Hosoda.